Okay. Hey Leute, wie geht's euch? Ich hab grad Kuhstedt. Kuhstedt. Kuhstedt wird man auch noch... Kuhstedt, das klingt wie Kuh und dann Städt. Also Kuhstedt heißt gehustet. Naja, okay. Ich hab mich jetzt nach zwei Wochen endlich mal wieder zurückbewegt in die Zivilisation. Zurückbewegt in Menschen. Ich... Was? Das hat gar nicht angefragt. Wenn ich viel Zeit hab, dann dusche, wenn ich Badewanne. Ne, umgekehrt. Umgekehrt. Scheiße. Hab mich auf jeden Fall total gefreut und auch total überrascht. Haha. Was? Ich hasse die Züge. Immer wenn's gut läuft. Lauft, läuft, läuft. Okay. Von meiner Mom ein Lippenstift in der Farbe. Was weiß ich. Das tut auch nix zu sein. Es soll einfach nur ein Labello darstellen. Stellt euch ein Labello vor. Kuh. Au. Okay, ich krieg das hin. Komm nach, du Schatz. Wieso liegt hier ein Haarkummi? Kann mir das mal jemand sagen? Hä? Den hab ich noch nie gesehen. Wieso liegt der hier? Komisch. Crystal fürs Taggen. Link in den... Pfff. Ich will so Goal. Was? Ich will so Goal. 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 Nödelschritte. Okay, was? Catrice oder Essence? Ich hab so ein Essence von Catrice. Ist es Essence? Ha. Das ist sogar Essence. Stofftaschentücher oder Papiertaschentücher? Ne, warte mal. Andersrum. Okay. Das ist eigentlich gar kein Papiertaschentuch, sondern... ...ne Tüt in der Tasche. Ja. Stofftaschentücher oder Papiertaschen... Ah, falsche. Falsche. Schon wieder falsch. Papiertaschentücher... Nein. Stofftaschen, Papiertaschen. Okay. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Ich würde mich, glaube ich, für Fischstäbchen entscheiden. Oder Sushi. Ich weiß nicht. Das kommt drauf an. Manches Sushi ist richtig gut. Ich hab noch nie richtig Sushi gegessen. Doch schon, aber wirklich. Okay. Ne, nochmal. Okay, Leute. Das war's mit meinem Entweder-Oder-Teug... Pfff. Das war's. Ich hoffe, ich... ...euch... ...entweder Kommentar schreiben oder kommentieren. Das ist alles drin. Irgendwie mit dem ersten Teil an. Und zwar... ...was war jetzt los? Ach, nee. Upsa. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh. Ja, vielleicht soll ich das vorher machen. Okay, jetzt ist da noch so, bevor es da... Okay. Bestellung. Und zwar habe ich die Hose mitgenommen. Mitgenommen bei der Bestellung. Okay. Hallo. Verspricht sofort weisere Zähne und ein ultimatives Erlebnis vom Geschmack im Mund. Ja, eine Gesichtspflege-Routine im Auto, das wäre irgendwie abgespaced, oder? Findet ihr nicht? Auf jeden Fall, das wollte ich eigentlich eigentlich... Also wenn die Lüftung nicht an wäre, könnte ich jetzt eigentlich filmen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und zwar in meinem Auto wieder, beziehungsweise in meiner Mama seinem Auto. Was? Ich sollte euch erst mal... Ich sollte euch erst mal zeigen, worüber... Aber ich bin nebst der Cup heute. Nebst der Cup. Wie im Kerschnandu. Heute gibt es wieder ein Video im Auto, und zwar... Im Auto. Und dann dachte ich mir so... Hm... Was machst du jetzt? Und dass ich viele Dinge habe... Seht ihr im Hintergrund gerade die Katze? Vielleicht. Oder so Banana Boat oder so, gibt es doch auch. Mir ist dann aufgefallen, dass so viele... Dass mir viele... Dass mir einfach viele... Mir ist dann aufgefallen, dass... Seht ihr mal, wenn ihr aufhört hängt. Aber das macht's ein bisschen... Das macht es nicht... Irresente. Untertitelung des ZDF, 2020